Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Live is Strange, Episode 2. In der letzten Folge haben wir die Episode begonnen und direkt mal mitbekommen, dass Kate wohl ein Video plagt, das von ihr gemacht wurde. Immerhin, sie hat ein neues Shirt an, das ist ja auch schon mal was. Wir müssen Kate ein Buch bringen. Stimmt. Unbekannte Nummer. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt, ich weiß, wo du schläfst. Ja, ist ja gut, Nathan. Aber meine Klappe halten werde ich nicht. Der soll mal was versuchen. Das war Nathan. Das muss von Nathan sein. Aber es könnte jemand sein. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich will nicht zu Victoria. Victoria interessiert mich nicht. Kate. Über diese anonyme Nachricht mach ich mir jetzt noch keine Gedanken, also... Weil große Reden schwingen kann jeder. Noch. Oh. Das ist eine Violine. Ich hab dein Buch, Kate. Kann ich mich hier ein bisschen umsehen? So ein bisschen. Okay, sie hat eine Bibel. Kann ich dir hoch machen? Es ist viel zu emo in hier. Kate ist nicht so schweig. Bis jetzt schon. Ja. Kann man die hoch machen? Kann man die nicht? Nee. Sie zeichnet? Good Lord. Ach du meine Güte. Das muss sein Kate's HR-Geiger-Period. Äh, ich würde da keine Witze drüber machen. Das ist schon ernstzunehmend. Alter. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Weil die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsh. Okay. Gut, sie ist scheinbar in einer Kirche oder in einer Gemeinde. Ich bin da nicht so gut und nicht so begabt drin, was das angeht. Jedenfalls, ja, sie hat irgendwas mit Gott am Hut. Also, gut, jetzt das, was dabei jetzt rumgekommen ist mit dem Video, das ist natürlich auch nicht gut dafür. Dieses beschissene Video. Hey Kate, ich bringe dein Buch. Max, warum hast du inzwischen zwischen David und mir gestern? Ich hätte gerne als Außermöglichkeit, weil du mir was bedeutest, aber das gibt's hier nicht. Ich hasse diesen Idioten. Oder es geht hier um Kate und nicht um mich. Ich hatte keine Wahl. David Madsen ist ein Arschluss. Du hast die Wahl, nicht zu involvieren. Niemand hier scheint, um niemanden zu interessieren. Kate, ich bin eigentlich interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Well, er ist ein total paranoid Arschluss. Er denkt, ich bin Teil des Vortex Club. Ach, er will also gegen den... Oh! Moment, 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 Moment. Das mit dem Vortex Club, okay. Dann will David gegen den Vortex Club vorgehen. Das ist dann schon wieder was, was für David spricht. Wenn er gegen diesen Vortex Club vorgehen will. Hm, soll ich sie jetzt auf das Video ansprechen? Ich mach's mal durch die Blume und frage, ob sie mit denen gefeiert hat. Wobei, nein, das würde sie nie tun. Stopp. Äh, äh, öff. Ich kann hier eigentlich nur falsch antworten. Was ist mit dem Video? Komm schon. Äh. Ist das nicht gut, ist das nicht gut, aber... Ich rückte das Video. Und ich soweit, ich hab's nicht gesehen. Ich kann's gar nicht gesehen, Max. Es... Ich werd's nicht tun. Ich wirst auch nicht. Danke, Max. Du weißt, wie humiliatend das für mich ist? Ich weiß, das ist so, Kate, aber... Sag mir über das Video und vielleicht kann ich mir helfen. Ja. Bzwäßig, ich ging zu einem Vortex Club Party und endete mit ein paar Menschen. Mhm. Und ich hab keine Erinnerung von dem. Okay. Ist... Kann das sein, dass das mit dem Fall von Chloe zusammenhängt? Chloe wurde ja unter Drogen gesetzt. Von Nathan. Oder zumindest wurde sie unter Drogen gesetzt. Kann das sein, dass das mit Kate auch passiert ist? Erstmal ein Mitgefühl zeigen. Irgendjemand hat sich gedostet, auf jeden Fall. Dann hat er wirklich was ins Glas getan. Äh, sicher? Ist okay, ist okay, ist okay, sorry. Arschloch, Alter. Einen Scheißdreck hat der... Entschuldigung. Ja, der hat er ganz bestimmt nicht gemacht. Alles nur Masche. Alles nur Masche. Okay, also würde er wohl erwachsen gewesen sein, der mit ihr geredet hat. Nein, 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 stopp, nein. Ich versuche das nur zu verstehen. Okay, ist okay, ist okay. Okay, stopp, ähm... Versuchen wir das Ganze mal zusammenzusetzen. Äh, ich weiß, es ist bereits gespreden. Was, wenn meine Kirche das sieht? Ich muss wissen, was zu tun. Kate, wir werden es herausfinden. Ich werde es nachher schauen, okay? Warte mal. Danke, Max. Du kannst mein Buch hier, nahe mein Brot. Okay. Stopp mal, ich werde mich jetzt mal gerade nicht bewegen. Ich muss mich mal gerade ganz gut sammeln. Wir versuchen das Ganze jetzt mal zusammenzusetzen. Kate war auf einer einzigen Vortex-Party, hat einen Schluck Rotwein getrunken, danach nur noch Wasser und trotzdem wurde er so schwimmerig und erinnert sich ja nichts mehr und hat einen kompletten Filmriss. Ergo, hat ihr jemand was ins Glas getan? Ganz klar. So, da, das streitet hier auch gar keiner ab. So, was uns nur interessiert ist, in beiden Fällen, wer das Video aufgenommen hat und wer ihr was ins Glas getan hat. Wer das Video aufgenommen hat, könnte Victoria sein. Wäre ihr auch zuzutrauen. Mir geht's aber um die Sache mit dem Glas. Dann sind sie lange gefahren mit Nathan. Okay. Wollten ins Krankenhaus, sind sie nicht gekommen. Warten, niemals war das ins Krankenhaus. Dann kamen wir mit einer sanften Stimme und sie hat gedacht, es wäre ein Arzt. Also muss dieserjenige erwachsen gewesen sein. Also muss hier noch irgendein Erwachsener mit drin hängen. Vielleicht der Vater von Nathan? Ähm, jedenfalls glaube ich, dass die Presscots was damit zu tun haben. Aber zuallererst mal würde ich ihr das Buch hier lassen. Auf jeden Fall. Dann mal weiter überlegen. Klar, frag mich ruhig. Klar. Ich hab gerade gesagt, wir wollten verdammt nochmal warten und uns überlegen, was wir tun. Jetzt hab ich keine Zeit mehr zu überlegen, weil ich... Oh, verdammt! Okay, Moment, Moment, Moment. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich muss mich gerade ganz kurz sammeln. Wir sammeln das Ganze jetzt hier zusammen. Wenn sie zur Polizei geht, sie hat keinerlei Beweise und gegen Nathan zu ermitteln ist Schwachsinn. Weil die Familie kommt da sowieso heil raus. Wir müssen nach Beweisen suchen, aber das wird Kate nicht gefallen. Wenn ich ihr jetzt sage, geht zur Polizei, mache ich ihr Hoffnung damit. Das wird nichts bringen. Sie hat nichts davon. Sie will ja was gegen Nathan Presscott. Oder die will wissen, was mit Nathan Presscott passiert ist. Die Polizei könnte mit Sicherheit was rausfinden. Andererseits, was denn? Die Polizei könnte das Video sehen. Das würde der Polizei nicht helfen. Das würde Kate eher noch schaden, weil die Polizei kennt die Background-Story nicht. Und ob die Polizei Kate die Background-Story glaubt, ist eine ganz andere Sache. Das Einzige, was die Polizisten sehen würden, ist, wie Kate mit ein paar Leuten auf der Party rummacht. Davon hat Kate nichts, davon hat die Polizei im Endeffekt nichts. Das Einzige, was die Polizei dann hätte, wäre Kates Gerede. Da sie auf diesem Video aber definitiv weggetreten war, hält die Polizei auch nicht viel von Kates Reden. Also wird die Polizei Kate nichts glauben. Oder zumindest wird sie das nicht verwerten können, was sie denen sagt. Wir brauchen Beweise. Es ist einfach so. Aber das wird Kate jetzt nicht gefallen. Wie schlimm reagiert sie denn? Genau. Es ist aber so, wir müssen warten. Aber das... Ich verstehe sie ja. Sie will, dass was passiert. Es ist so, wir brauchen mehr Beweise. Wir haben nichts, was dafür spricht, dass das passiert ist. Ich kann mir jetzt gerne nochmal die Reaktion angucken, wie sie reagieren würde, wenn wir dem zustimmen, dass sie zur Polizei gehen soll. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das so lasse. Beim besten Willen nicht. Wir müssen das Buch nochmal reinlegen. Das tue ich ja auch, aber das tue ich in der anderen Entscheidung auch. Nein. Scheiße. Oh. Ich würde, glaube ich, ich glaube, alle. Aber wir sind einfach nur 잘못 aufs Knochen für die Polizei und die Leuteherr Keinein. Ich glaube, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Warum? Was für was? Was? Nichts. Except, die Prescotts sind wirklich sehr starke. Ich hoffe, dass das uns nicht zurückkehren, das alles. Umgekehrt, sie sind bei den Entscheidungen nicht besonders glücklich. Das machen wir nicht. Das wäre nicht mein Problem. Das wäre absolut nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach, sie hat gesagt, sie will zum Direktor gehen und will mich als Zeugin oder als Zeuge, in meinem Fall, mit einbeziehen. Nur der Direktor, ich will euch mal ganz kurz zeigen, zur Versinnbildlichung, haben wir die Nachrichten noch, die uns unsere Mutter geschickt hat. Wir haben ja einiges auf uns genommen hier in der Schule und wir sind in keinem guten Lichtamt in dieser Schule. Hier, der Direktor hat meine E-Mail, steht er so, indem ich in deiner Einstellung von dem Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in deinem Zimmer versteckst. Ich weiß zwar, wenn du es wachsen bist, du bist dort und niemand mit deiner Kamera zu verändern, bla bla bla. So. Pass mal auf. Wir werden das jetzt so machen und ich werde ihr raten, nach Beweisen zu suchen. Daraufhin wird sie zwar nicht besonders glücklich sein, allerdings werde ich ihr nicht raten, zur Polizei zu gehen. Das werde ich nicht tun. Sorry. Wie würdet ihr euch da entscheiden? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Aber wir müssen nach Beweisen suchen, es bleibt mir nichts anderes übrig. Sorry. Warum hat sie das Schild auf dem Schild? Sie kann nicht auf sich selbst schauen. Ich hoffe, dass sie das noch kann. Kann ich noch mit ihr reden? Nein. Jesus, das ist intensiv. Wenn Kate nicht raus war und die Wahrheit die Wahrheit erzählen würde... Allerdings werde ich es so lassen. Ich werde es so lassen. Ist das heftig. Okay. Was wollten wir noch machen? Ich bin gerade nicht mehr im Bilde. Klo hat geschrieben. Max. Ah ja, genau. Essen. Ist ja gut. Two Ales. Seh dich da. Ja, genau. Richtig beim Texten kein Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Okay. Gut, nochmal gerade hier gucken. Bei denen ist das okay? Let's talk later, Max. Okay, Juliet. Excuse me. I'm texting Zach. Okay, mach das. Gut. Ich bin dann mal raus. Wir wollen doch mit Chloe frühstücken. Dann wird die Folge aber etwas länger. Oder? Ja, doch. Wir gehen. Warte, was stand da noch? Ah, das ist nur ein Mülleimer. Da wartet, Warren. Hab ihn gerade gesehen. Neuer Tag. Hey, Samuel. Du heißt auch Samuel, oder? Ich hoffe, du heißt Samuel. Ja, du heißt Samuel. Hey, Samuel. Du bist früh. Oh. Hallo, junger Max. Ich liebe das frühmachs. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. Gut, wenn er das sagt. Das ist, was ich wirklich liebe über Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning. ready for food. I can hear them whisper. Ja, Samuel ist ein ziemlich komischer Vogel. Ich hab ein Reh gesehen. Don't laugh, but... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, das hab ich mir auch schon gedacht. That's your spirit animal. Nothing weird there, except you saw yours. Okay, da könnte was dran sein. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I still don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Mhm. Good. Da ist die Bratze von Victoria. Na, Taylor. Und wie ist es? Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria, doesn't mean I have to be nice to you. Ich will mich nicht mit dir gut stellen. Vergiss das. Well, sorry to exist, Taylor. Oh, on that we agree. Do you mind leaving? Hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Die ist dumm wie ein Stück Brot und immer auf Krawal aus. Sollten wir alles lassen. Alles cool. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Life is Strange. Wenn dir gefallen hat, ist dann noch oben da. In der nächsten Folge, was macht Warren eigentlich hier? Wir wollten doch eigentlich zu Chloe. Zum Frühstücken. Ist ja auch egal. Klären wir in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Ciao.